Ich glaube, Brasilien hat eine große Möglichkeit verspielt. Drei große Events wie der Confederations Cup, die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele generieren großes Einkommen und ziehen Touristen an. Deshalb ist das, was passiert ist, nicht gut für Brasilien. Leider sind noch nicht alle Stadien fertiggestellt. Auch fehlt bei vielen fertigen Stadien noch die entsprechende Infrastruktur, wie zum Beispiel Straßen. Viele Leute sind verärgert, dass viel Geld für die Stadienprojekte ausgegeben wurde. Dies hat jedoch nichts mit dem Nationalteam zu tun. Das ist mir sehr wichtig zu erwähnen. Es ist eine kleine Schande, dass wir noch nicht alles fertigstellen konnten. Ich verstehe die Proteste, aber man muss unterscheiden. Die Proteste gegen Korruption im Staat sollten nicht jetzt stattfinden. Ich war im FIFA-Komitee, als dafür abgestimmt wurde. Die ersten Erfahrungen waren nicht so gut, da es kleinere Probleme gab. Es gab zuerst den Chip im Ball. Dieser übermittelte ein Signal, ob der Ball im Tor war oder nicht. Lag der Torhüter jedoch auf dem Ball, konnte kein Signal empfangen und so ein Tor angezeigt werden. Es war eine gute Idee, aber es funktionierte einfach noch nicht zuverlässig. Es musste einiges verändert werden. Jetzt zeigt die Technik genau an, was passiert.